Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Bergfest, liebe Stammis. Ich übernehme diesen Part einfach mal, damit wir auch darüber reden, dass es heute Bergfest ist. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Ja, Hallihallo. Du hast das Bergfest nicht vergessen, ne? Ne, wir wurden ja mehrfach ermahnt, weil Kili es ein paar Mal vergessen hat, aber ich hab dran gedacht, ne? Weil er auch schon fast Mittwoch ist, ehrlicherweise. Jetzt, wenn wir so auf die Uhr gucken, wir nehmen sehr spät auf, denn es gab Champions-League-Fußball zwischen Borussia Dortmund und der PSV Eindhoven in Eindhoven und da gibt es eine Menge zu besprechen. Sebastian Kultzberger war als Reporter im Stadion vor Ort, wir hören mal rein. Schluss aus im Philipp-Stadion in Eindhoven. Dortmund trennt sich 1 zu 1 im Champions-League-18-Finale bei der PSV Eindhoven. Das Gute daran ist, das muss man ganz klar sagen, Dortmund hat noch alle Chancen auf das Viertelfinale. Beim 1-1 kann Dortmund natürlich alles zu Hause klar machen, sie sind in dieser Saison eine Heimat. Aber wenn man ganz ehrlich ist und das Spiel gesehen hat, muss man einfach sagen, das ganze Spiel von Borussia Dortmund am heutigen Abend war einfach gruselig. Ein Fehlpass-Festival, sondergleichen. Kaum ein Ball ist beim Mitspieler angekommen. Es ist sehr, sehr schmeichelhaft, dass Dortmund hier nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist. Natürlich kann man sagen, dass Mats Hummels beim Elfmeter den Ball gespielt hat, aber dieser Ausgleich war mehr als verdient, weil Dortmund sich einfach die ganze Zeit über 90 Minuten schwer getan hat, auch nur ansatzweise ein vernünftiges Spiel zustande zu bringen. Und deswegen kann Dortmund froh sein, dass es heute nur bei einem 1-1 geblieben ist. Und ja, vielleicht läuft es in drei Wochen zu Hause im Signal Iduna Park dann besser. Und mit ein bisschen Glück reicht es dann für das Viertelfinale. So Niklas, also erstmal würde ich sagen, sprechen wir über diesen Elfmeter, weil das ist das große Thema. Müssten wir mit anfangen. Ja, auch bei uns im Newsroom im Großraumbüro war, da waren sich eigentlich alle nach den ersten beiden Zeitlupen einig, das ist kein Elfmeter. Ja, ich bin mir auch da nach der hundertsten Zeitlupe immer noch sehr sicher, dass das kein Elfmeter ist. Also ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Gegenstimmen, beziehungsweise die Gegenstimmen beziehen sich dann auf wirklich das Regelwerk und sagen dir genau die Regel. Ich weiß nicht, wie oft ich heute dann das Nachziehbein gehört habe. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört, diesen Begriff. Aber das gibt es scheinbar. Also kompletter Wahnsinn, was dann da teilweise rangezogen wird. Für mich ist das kein Elfmeter. Ich habe ja gestern mal kurz, ich wollte auch ein bisschen provozieren dann im Newsroom, aber ich habe dann sowas gesagt, wie ja eigentlich alle mit einem Schiedsrichterschein sagen was anderes. Sorry, sorry, nein, das kannst du nicht geben. Und vor allem, der größere Skandal ist ja noch eigentlich, dass er sich das nicht mal selber angeguckt hat. Dass der WAA scheinbar auch gesagt hat, nee, brauchst du ja nicht anzugucken, ist alles gut. Also wofür gibt es denn da diesen Bildschirm am Spielfeldrand? Ja, Wolfgang Stark hat das hinterher bei den Kollegen von Amazon so erklärt, dass das keine Szene für ein VAR ist, weil der Schiedsrichter das jetzt nicht falsch entschieden hat auf dem Platz. Jetzt mal ganz ehrlich, liebe Stammis und auch alle, die es gesehen haben, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, können sich das sicherlich im Internet nochmal anschauen. Das ist schon sehr, sehr schwer, da einen Elfer zu geben. Also es kann man schwer mit sich vereinbaren, da einen Elfmeter zu geben. Ja, das Ding ist halt, es wurde dann ja am Ende so argumentiert, es ist, wenn du streng nach Regelwerk gehst, keine klare Fehlentscheidung, weil du ihn geben kannst. Und dann darf halt auch der VAR nicht eingreifen. Richtig, richtig, trotzdem gibt es genug Situationen, wo der Schiri trotzdem zum Monitor am Spielfeldrand geht, auch wenn es da keine richtige Fehlentscheidung ist. Trotzdem, ich bin da voll bei Mats Hummels, der auch sagte, wir müssen da einfach mal ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen. Also ich kann mich da nur wiederholen, das ist für mich kein Elfmeter. Also Mats Hummels war sehr sauer, der hat nachher gesagt, 0 Prozent, also wirklich 0 Prozent Elfmeter und hat dann auch gefordert, Mensch, setz da erfahrene Fußballer hin, die das mit beurteilen, weil funktioniert so irgendwie nicht. Wer mich schon wieder ein bisschen genervt hat, war Matthias Sammer. Ich halte von dem echt eine Menge. Ich finde eigentlich, das ist ein guter Typ, aber mir ist es bei Amazon immer bei BVB-Spielen viel zu BVB-lastig, wie darüber geredet wird. Weißt du, dann sitzt da ein Sammer, dann kommt Uwe Mujela noch dazu und Hummels wird da gefragt. Ist ja klar, der hat ja auch gespielt, aber Matthias Sammer hat dann ein bisschen sehr extrem ausgeholt mit Fehlentscheidungen. Er sprach fast über die, dass die Integrität des Fußballs so ein bisschen angegriffen wird durch diese Entscheidung, was dann vielleicht ein bisschen over the top ist, stimme ich dir zu. Ja, das ist jetzt auch nicht so, als hätte er den gar nicht berührt. Das muss man halt fairerweise auch, auch wenn ich, also nochmal ganz klar, liebe Stammis, ich hätte da auch kein Elfer für gegeben, aber ist jetzt auch nicht die geisteskrankeste Fehlentscheidung der Geschichte des Fußballs gewesen. Ne, das stimmt schon, da hat Sammer, also ich meine, er ist Matthias Sammer, er neigt auch gerne zu solchen… Ey, der hat sich schon warm gelaufen, bevor er was gesagt hat. Der hat sich warm gelaufen, vor allem als Hummels auch an dem Tisch stand, da hat er sich extra erst zurückgehalten, um sich nochmal kurz zu sammeln. Ich dachte schon, der explodiert jetzt komplett. Dafür war es dann noch verhältnismäßig ruhig, fand ich. Trotzdem, natürlich hat er da ein bisschen übertrieben. Prinzipiell, aber auch gar nicht Unrecht mit der Sache an sich. Er hat ja auch nochmal gesagt, es gibt zu viele Fehlentscheidungen gegen deutsche Teams momentan. Da sind wir auch wieder bei der Leipzig-Entscheidung, zum Beispiel gegen Real, die ja auch gaga war. Alles sehr, sehr unglücklich, unglücklich, definitiv. Absolut, dann müssen wir aber auch, und darauf hat Kohl sie, und das finde ich gut, den Hauptaugenmerk seiner Sprachnachricht geworfen, über die Leistung von BVB reden. Also, dass es keine Laufkundschaft ist mit PSV Eindhoven, das wussten wir vorher, darüber haben wir ja schon geredet. Die Leistung war für ein Champions-League-Achtelfinale, wo du noch eine große Möglichkeit hast, weit zu kommen, meiner Meinung nach trotzdem zu wenig, gerade gegen so einen Gegner. Also, weißt du, die haben ja jetzt nicht gegen Real Madrid oder Manchester City gespielt, du hast eine große Chance in zwei Spielen gegen Eindhoven, und dafür fand ich es auch zu wenig. Das stimme ich dir tendenziell zu, für mich war es auch zu wenig, ich fand sie jetzt aber auch keine Katastrophe. Du musst erstens sehen, gegen wen sie gespielt haben, du musst aber auch zweitens sehen, was wir vom Borussia Dortmund bislang in der Saison gesehen haben. Das ist das Ding, wahrscheinlich sind sie nicht besser. Genau, das ist halt, das ist das Ding, sie waren ja auch vorher Underdog, ich meine, wenn du bei den Buchmachern zum Beispiel geguckt hattest, sie waren deutlicher Underdog. Deswegen, mit dem Unentschieden kannst du sehr gut leben, die Leistung war nicht berauschen, ich fand sie im ersten Durchgang okay, wirklich so die erste halbe Stunde, das war richtig ordentlich. Und danach, es ist auch schwierig, in Eindhoven gegen die PSV, so wie die diese Saison drauf sind, da so lange wirklich die, ja ich sag mal, down zu halten, dass die ihren Angriff nicht komplett entfalten. In der zweiten Halbzeit haben sie verdammt Glück gehabt, aber das einzige Tor fällt durch eine sehr schrittliche Entscheidung, muss man auch sagen. Also sie haben verdammt Glück gehabt, dass Eindhoven kein zweites Tor gemacht hat, aber in der entscheidenden Szene hatten sie Pech. Ja, das muss man so klar sagen. Und von daher 1-1, ich glaube am Ende können BVB-Fans, glaube ich, damit leben und in drei Wochen sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ja und ich meine, wie gesagt, sie haben es komplett selbst in der Hand, du kannst dich jetzt noch über die Entscheidung ein paar Tage aufregen, ändert nichts an dem Fakt. Wenn du ins Viertelfinale willst, musst du dieses Spiel zu Hause gewinnen und musst dich da durchsetzen, ist gar keine Frage. Niklas, lass uns noch kurz auf das zweite Spiel gucken, da gewinnt Inter Mailand, ja ich würde fast schon sagen, erwartbar zu Hause knapp mit 1-0, dass da nicht viele Tore fallen, habe ich mir jetzt auch gedacht, gegen Atletico Madrid. Das wird auch spannend im Rückspiel. Das wird definitiv spannend. Inter hätte das Spiel locker 3 oder 4-0 gewinnen können. Allein Marco Anautovic, der am Ende noch das Tor gemacht hat, das muss man ihm lassen, hätte davor schon 2-3 machen müssen, schrägstrich können. Aber ja, im Rückspiel wird das nochmal was komplett anderes. Im Wanda Metropolitano in Madrid, da drehen die auch komplett durch mit Simeone an der Seitenlinie. Da kann immer was passieren, deswegen 1-0 ist kein Unding für Atletico das umzubiegen, also mal schauen. Heute können deutsche Fußballfans mal so ein bisschen durchatmen, gibt zwei Champions-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung. Porto gegen Arsenal und Neapel gegen Barca, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf Neapel gegen Barca vor allem. Da kann alles passieren, du, Barca ist kein sicheres Ding in der Paarung. Sicheres Ding dachte ich eigentlich schon in Bayern, bei Lazio, da habe ich gedacht, die gewinnen es schon auswärts, ist nicht passiert, wissen wir alle. Jetzt gab es nach dem Bochum-Spiel Ärger zwischen dem Co. der Bayern, Jolt Löw und Joshua Kimmich, der fand seine Auswechslung nicht so geil. Wir hören mal rein bei Tobi Altscheffel, der hat noch ein paar Details. Servus Stammis, Servus André oder wie wir Insider sagen, André. Die Bayern beschäftigen uns und vor allem was in der Kabine und hinter verschlossenen Türen passiert. In der Sportbild haben wir neue Details enthüllt zu dem Krach zwischen Joshua Kimmich und Co-Trainer Jolt Löw. Das Ganze ist am Sonntag passiert, hat quasi der schlechten Leistung das i-Tüpfelchen noch aufgesetzt, dass es da nochmal gekracht hat zwischen den beiden. Was man wissen muss, Jolt Löw, der Co-Trainer von Thomas Tuchel, ist eigentlich die Bezugsperson von Kimmich. Also wir wissen ja, zwischen Kimmich und Tuchel, da ist es von Anfang an nicht so rund gelaufen. Löw und Kimmich, die verstehen sich gut, die hatten sogar vor kurzem mal ein Treffen. Dann ist es aber eskaliert, weil Kimmich ausgewechselt wurde. Der hatte einen Riesenhals, weil er die letzte halbe Stunde in Bochum nicht mehr mitwirken durfte. Und weil er schon davor in Leverkusen nicht in der Startelf stand. Er hatte ja die Schulterprobleme, er hat sich da zum Comeback quasi gequält, aber wurde von Tuchel dann wieder außen vor gelassen. Also dieser Frust bei Kimmich, der hat sich summiert. Und ja, er hat dann Jolt Löw entgegengeschrien, als der mit dem Abklatschen wollte. Das müsst ihr mir mal erklären, also wieso er ausgewechselt wurde. Die Seite Bayern, Tuchel, Löw, die haben dann nicht verstehen können, warum die Emotionen 30 Minuten nach der Auswechslung noch so hochkochen. Dann gab es ein Wortgefecht und ja, Thomas Tuchel hat versucht, das Ganze im Interview danach runterzuspielen. Er hat da in der Mixzone gesagt, das ist quasi normales Gerede in der Kabine, gehört dazu. Aber dennoch, nach unseren Informationen, gab es am Tag danach eine Unterredung, Aussprache zwischen Tuchel und Kimmich. Und ja, das Ganze soll jetzt begraben werden. Am Mittwoch sehen sich alle Beteiligten wieder, also heute quasi zum Training. Und dann soll da ein Haken dahinter gemacht werden. Schließlich ist mit Leipzig eine große Aufgabe, die wartet auf die Bayern. Dann, Kimmich, Ex-Leipziger, hat wie Tuchel keine guten Erinnerungen an RB, denn im Supercup ging das Spiel verloren. Und in der letzten Saison, auch am 33. Spieltag, ging RB verloren. Also da ist wieder Alarmstufe rot und zumindest dieser Zwist, dieser Ärger sollte bis dahin beigelegt sein. Liebe Grüße, bis bald. Ciao. Ja, Niklas, die müssen sich auch extremst raffen, denn RB ist nochmal ein ganz anderes Spiel von der Wertigkeit her als zuletzt in Bochum. Da kannst du nicht schon wieder verlieren. Ich glaube, vor allem Thomas Tuchel kann da nicht nochmal verlieren. Nee, wenn er das Spiel verliert, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten, als Jan-Christian Dresen an dem festzuhalten. Weil dann sprechen wir dann von vier Pleiten in Folge für den FC Bayern München. Ja, möglicherweise dann auch von elf Punkten Rückstand in der Fußball-Bundesliga. Ja, und dann ist es quasi schon gelaufen. Das ist dann ja fast wie bei einem Team im Abstiegskampf, wo du nochmal einfach einen neuen Impuls setzen musst, um vielleicht nochmal zur großen Jagd auf die Meisterschaft zu blasen. Also das darf auf keinen Fall passieren. Ich halte nichts mehr für ausgeschlossen. Ich halte auch einen Leipzig-Sieg für durchaus möglich. Joshua Kimmich, wie schätzt du den ein? Kriegt der das hin? Ist er da jetzt Profi genug oder glaubst du, dass es intern da extrem rumort jetzt? Also ist ja auch klar, die reden untereinander. Darf ich dir mal ehrlich was sagen? Ja. Ich ertappe mich hin und wieder dabei in den letzten Tagen, dass ich ein bisschen Mitleid für den Mann empfinde. Für Kimmich? Ja. Weil er selber auch so ehrgeizig ist. Er ist selber extremst ehrgeizig. Ich finde, also natürlich, da ist keiner gut aktuell in der Mannschaft. Aber es wird schon sehr leicht viel auf ihn projiziert, viel auch abgeschoben. Und Tuchel agiert da extremst unglücklich einfach, wie er mit ihm umgeht. Und wenn du dann die Reaktion von Kimmich auf der Bank siehst, dann wird dir erstmal klar, wie viel für den da dran hängt. Dann gibt es auch noch so eine kleine Geschichte mit Tim Lobinger, der Stabbruchspringer, der vor einem Jahr an Krebs verstorben ist. Das war sein bester Freund. Der Todestag hatte sich jetzt gejährt. Also es prasselt extrem viel auf den einen. Und ja, manchmal muss sich das einfach entladen, wie du es zum Beispiel in Bochum da gesehen hast. Aber ich schätze ihn schon für so mental stark genug ein, dass er diese Situation auch meistern wird. Wie das dann im Sommer endet, müssen wir mal sehen. Ich tendiere aktuell eher dazu, dass er die Bayern verlässt. Kimmich. Kimmich. Und Tuchel. Und oder Tuchel. Ja. Boah, kann ich mir momentan irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich kann mir den Kimmich-Abgang bei den Bayern nicht vorstellen. Man hätte sich vieles nicht vorstellen können. Man hätte sich auch nicht vorstellen können, dass die Bayern jetzt acht Punkte Rückstand haben auf Leverkusen. Du hast recht. Und das, was du sagst, macht für mich Sinn. Trotzdem kann ich mir irgendwie Kimmich gar nicht in einem anderen Trikot vorstellen von einem anderen Fall. Aber vielleicht braucht er das auch. Ja, weil er aber auch in den letzten Jahren wie kein zweiter auch so für diese Bayern-DNA halt stand. Genau. Mit seinem extremen Ehrgeiz, mit seiner Art, mit seinem Auftreten auf dem Platz. Aber ja, in dieser Saison geht da einiges in die Brüche. Neuanfang, den gibt es auch beim HSV. Wir haben gestern schon drüber gesprochen. Steffen Baumgart ist jetzt als HSV-Trainer vorgestellt worden. Er hat auch auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass er HSV-Fan war. Er hat dann gesagt, ein Verein wechselt zu seltener als die Frau. Fand ich ganz lustig. Klassischer Baumgart. Klassischer Baumgart. Worüber wir auch noch kurz reden müssen. Und das haben wir schon auch viele Stammis gesehen. Und diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch bitte an im Internet. Dieses Vorstellungsbild. Wahnsinn. Auf dem Foto zu sehen sind Jonas Bolt und Klaus Koster, die beiden Verantwortlichen vom HSV. Und in der Mitte Steffen Baumgart. Und jetzt muss man dazu wissen, dass die beiden Verantwortlichen extrem groß sind. Und Steffen Baumgart jetzt kein Zwerg. So, der ist 1,78 groß. Das sieht aber so lustig aus. Das sieht aus, als wenn er gerade verhaftet wurde. Ja, aber wirklich. Aber auch, ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, als ich dann erfahren hatte, dass Jonas Bolt zwei Meter groß ist. Ja, ich habe den schon mal beim Sportbild-Award gesehen. Deswegen weiß ich, dass der sehr, sehr groß ist. Der stand nämlich in dem Kiddy und die waren ungefähr gleich groß. Aber dieses Bild ist verrückt, Freunde. Also guckt euch das an. Ich habe mich dann gefragt, hat der HSV das mit Absicht gemacht? Das musste ja fast schon, oder? Also, weil es ist wirklich ein skurriles Bild. Guckt euch das an. Der Kontrast ist schon sehr lustig, aber dann frage ich mich auch wiederum, warum würdest du diese super, super positive News mit so einem Bild dann verkaufen? Ja, vielleicht, weil Baumgart ein Typ ist. Weißt du, das ist ja also, er hat auch selber herzhaft, das muss man dazu sagen, hat selber herzhaft darüber gelacht. Hat dann auf seinem Instagram-Account noch Kommentare geteilt, die seine Tochter gepostet hat. Denn die hat sich die besten Kommentare zu diesem Bild, da ging es halt immer um Verhaftung, Polizei und so, hat die sich vorgenommen und hat es nochmal gepostet. Und also haben alle auf jeden Fall Schmunzeln auf den Lippen gehabt bei der ganzen Aktion. Und dann müssen wir noch zu einer sehr, sehr ernsten Sache kommen, denn Andi Brehme ist verstorben. Weltmeister von 1990. Wir hören nochmal rein in den wohl größten Moment seiner Karriere. In der Nacht vom Montag auf Dienstag ist Andi Brehme verstorben und ich hab gedacht, ich würde gerne nochmal zurückblicken auf Andi Brehme und auf die Karriere von Andi Brehme und hab mir Nils Suling geschnappt. Der ist ja zum einen Kollege von BILD und zum anderen hat er ja dieses fantastische Buch geschrieben, Wir Helden von Rom. Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, da hören wir jetzt mal rein. Für mein Buch Wir Helden von Rom habe ich ja mit allen Weltmeistern von damals gesprochen. Natürlich spielt auch Andi Brehme eine Riesenrolle in dem Buch. Gerade das Endspielkapitel ist besonders, weil Andi beschreibt nochmal die Szene vor dem Elfmeter, wie alle Argentini auf ihn zugekommen sind. Dann den Schuss selbst, fünf Schritte Anlauf, dass er sich entschieden hat, flach nach unten links zu schießen. Dann der Jubel, wie sich alle auf ihn gestürzt haben und er gesagt hat, die haben alle auf mir gelegen. Gott sei Dank hatte ich so viel Adrenalin, dass ich das quasi ohne Verletzung überstanden habe. Für mich ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ganz klar der Pierre Lebarski, der über Andi Brehme erzählt hat, dass er wirklich der beste Fußballer war, mit dem er je zusammengespielt hat und der beste Fußballer damals in der Weltmeistermannschaft war. Und er verrät auch, dass er ihn wirklich bewundert hat. Er sagt sogar auch tatsächlich, das habe ich noch nie so gesagt, aber ich habe ihn bewundert. Und das macht es, glaube ich, so besonders. Die Rolle von Andi Brehme geht, glaube ich, immer so ein bisschen unter. Aber 1990 war er so wirklich der große Star in der Truppe und die Italiener haben ihn geliebt. Ja, umso tragischer ist die Nachricht von heute. Und erst vor ein paar Wochen ist Franz Beckenbauer von uns gegangen und jetzt Andi Brehme. Ja, das ist wirklich traurig. Aber es ist immer irgendwie dann auch schön zu wissen, dass er so einen großen Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur für Fußballdeutschland, sondern auch für alle Leute, mit denen er gespielt hat. Niklas, ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Wünschen der Familie und den Freunden von Andi Brehme viel Kraft und alles Gute für die Zukunft? Ja, kann ich mich nur anschließen. Es passiert leider viel zu häufig jetzt mit Beckenbauer und dann ein paar Wochen später nur Andi Brehme. Der war natürlich vor meiner Zeit, klar, aber ich meine, so viele Bilder, wie man auch von ihm kennt. Was ich in meinem Kopf bei ihm habe, ist dieses Bild mit Völler, nachdem Lautern abgestiegen ist mit ihm zusammen, wo er so weint. Also, glaube ich, einfach ein super, super Typ. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Viel Kraft an die Hinterbliebenen und ja, lass uns damit die Folge beenden. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.